Hallo und herzlich willkommen zum Zwingtious Day. Ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt mal wieder das Kartenspiel. Ja, was ist das? Standard. Eine Variate des Spiels. Oh. Fünfte Gitter hätte ich gedacht. Es würden zwei Spiele im Standard. Das wäre doch mal machbar. Okay, was nehmen wir denn? Ach, wir bleiben bei einem... Warte, mache ich auch noch Queste hier. Okay, Pakete. Kinder, Schurken oder Krieger? Nehmen wir mal einen Schurken oder Krieger. Schurken oder Krieger? Nehmen wir doch mal den Krieger. Eigenes Deck. Eigenes Deck. Eigenes Deck. Ich nehme erstmal die ganzen Drachen-Karten mit. Ey. Nicht die Drachen-Karten. Ne. Ehm. Ehm. Da war einer. Pläne war mit. Oh, sind die anderen überhaupt nicht versteckt? Los. Kommt der raus. Also es müssen jetzt elf Karten sein. Für immer noch welche? Ich mag ja gerade gesagt, im Standard-Spiel kann man nur mit den neuesten Karten spielen. Nee. Warte, ich hätte gerade gesagt, im Standard-Spiel kann man nur mit den neuesten Karten spielen. Ach je... Fügt alle in einen Schaden zu Ich brauche sogar 2x Die könnte ich verkaufen Was noch? Fügt alle in einen Schaden zu und erhält 2 Angriff Nimm auch mit Nimm auch mit Verleiht euren Helden für Angriff Zieh eine Karte für jeden verletzten, befreundlichen Charakter Gibt einen Diener 2 Schaden zu Zieh eine Karte für den R übernimmt Er leiht einen verletzten Diener 3-2 Mal mitnehmen Er hält jedes Mal eine Rüstung wenn ein befreundeter Diener Schaden erleiht Ok Geh mal auch mit Geh mal mit Geh mit Geh mit Geh mit Auf Geh mit Das war's für heute. Ja, dann sind wir so fertig. Ein wildes Spiel. Macht euch bereit. Hier werdet ihr sicher einige alte Karten zu Gesicht bekommen. Wann ist das Standard-Spiel oder das Spiel? Wollen wir mal schauen. Ach nee. Ich rede gar nichts. Mama Mia! So, muss ich mal ganz schnell neu starten. Oder ich mach mal lieber. Was? Gut, dass ihr hier seid. Die Kälte draußen ist geradezu unheimlich. Oh. Oh. Ich hab nur 1000. Ah. 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 Egal. Okay, weiter. Ja. 21. Okay. Gut. Jetzt ist das Spiel. Also, wenn wir zurückgehen. War es jetzt Standard-Spiel? Oder... Wir würden zum Beispiel im Standard-Format. Okay. Standard-Format ist angelegt. Und, dann gehen wir mal. Schnell-Schall-Spiele. Ich glaube, es ist mit meinen anderen Karten. Sind sie angelegt? Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ja. Eigentlich muss ich die Zauberleck machen. Weil ich hab auch keinen Katz zum Ausgehen dabei. Ja. Ich hab da einen Zina. Ja. Die Zauberleckung kommt ein Schaden. So, okay. Und, dann ist ich allein eher dran. Ja. Okay. Was ist wegen der Gewehr? Was macht das hier? Lugta, Oger! Mehr! Mehr Seh! Mehr! Mehr Seh! Cool! Wo soll ich zuschlagen? Okay. Können wir jetzt das machen? Hm? Weiß ich jetzt mal. 1,4. 4,2. Dann bin ich ja tot. Für den Kriegshalte! Für Halschlein! Lugta! Ihr fehlt euch das! Nice! Okay, jetzt klappt das. Ey, mach Feuer! Ah, genau. Hier wird's ein Feen da rein. Für den Kriegshalte! Mann! Mannes! Naja, das ist mal so. Hat Bären für den Weg mit Herzchen? Schon vom Wein für den Zahn. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Oh, dann. Auf den Wein. Auf den Wein. Auf den Wein. Auf den Wein. Eure Mutter war ein Murloc! Hm. Ah, ich denke mal die Rune werde ich schon wieder. Das sieht denn jetzt nicht gerade sehr gut aus. Ich bin da verletzt. Angriff! Hm, das war vielleicht ein bisschen falsch. Ich hätte den Weg genommen. Mensch, was soll's? Das war ein Mist. Hm. Ich bin so brav. Das war's nicht mal. Komm mal auf den. Komm mal auf den erläutert. Ja, das war's nicht. Oh, das war's nicht. Aber dann, dass wir das hier. Oh, das ist auch ein Schuss, ja. Egal. Egal, egal. Ich glaube, ich bin da so heiß. Hat aber nicht. Warum auch? Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gewinnt. Gut gespielt. Eure Mutter war ein Marlock! Meine Klinge ist ausgelös. So. Das war's jetzt für mich. Der hat sie ihm schon angreifen. Ich habe nur noch zum Leben. So eine Mist. Und ich hab ihn. Ich wollte es zweimal gewinnen und haben was schön denk ich. Schnell nochmal. Vielleicht geht die Runde jetzt richtig kack. Kacki-kacki-lipsa. Kucki-kucki! Kucki-kucki! Garrosh gegen Threll! Eure Zeit ist gekommen! Sieg oder Tod? Nein, das war einfach so. Das war's. Das Licht beschützt mich. Ich werde jetzt mal den Ausstandschirm machen. Benächtet ein, den behalten ich diesmal. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ne, ne, bin ich nicht. Bin ich nicht. Die müssen wir nicht. Dann machen wir den. Wo ist der Wettbewerb? Der Wettbewerb! Wenn wir jetzt erstmal nix schönes haben, wollen wir den Steh nehmen? Jetzt kann er einmal umsonst zaubern, weil ich Milhouse Marschall rausgehe, die ich jetzt gerade habe. Jetzt kann er eine Zauber benutzen, weil ich gerade nicht der Sumpoil. Naja gut, was soll es, dann machen wir es so. Wenn ich denn einmal diese Karte hier und die nächste Karte. Wasp? 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 Hm... Ich muss mich entscheiden! Okay, gut! Oh, verlesen! Ich dachte, das Relikat womit ich einen vernichten kann! Wasp? Wasp? Na super! Dann setzen wir jetzt die raus! Jetzt hab ich die! Nein! Das war's! Okay! Jetzt werde ich die raus! Wasp? 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 Jetzt hab ich die Augen auf! Das macht mir gut! Schön! Hm... Oh ne, ich spiel die aus! Ne, ich spiel echt den aus! Kann ich gleich ein paar Wien drauf spielen? Oder schon was daraus kommt! Das Licht beschützt mich! Wenn da eine Schmutzung aus dem Krieg rausnimmt und den! Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern! Wenn das passt, was ich jetzt nicht spiel wollte, wie das ist, wie das alles... und dann kann ich die gegenwärtige Bebe! Oh, man weiß nicht! Das geht nicht! Oh, ich bin das! Hey, ich bin das! 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 Und das kriege ich bitte fünf Schaden! Ich bin das! Auf gehts Weitere Krüfter muss trotzdem kaputt Aber er könnte jetzt meine Rache zerstören Gut gespielt Ich danke dir Leider Ich werde euch ewige Ruhe bringen Diese Runde geht an euch Hey, ich muss doch das auch machen Na ja, die Runde ist nie eigentlich Eingermaßen Schnell nochmal spielen Und dann mal schnauben, was für eine Kartenwächste mir ist Wenn ich gewinnt Ach je Das ist Anfang des Monats Jetzt spielen die ganzen guten Spieler Also ich Ja am Anfang des Monats werden ja immer die Am Anfang des Monats werden ja die Liegen ein bisschen zu guter Aber wir waren In den Schanzen Darin die Karten Und dann reinzukommen Und daher Spielen jetzt ein paar bessere Spieler Hier unten in der Liga Ah, warum zu sich jetzt gerade nicht zu Ende Steine rüberschmeiden. Entweder ist er nicht da, dann habe ich vielleicht einen Ron. Oder er macht das mit Absicht. Weil es gibt ja Leute, die sagen, ey, ich habe keinen Bock so lange auf die Leute zu warten, nee, ich gehe raus. Also er macht das mit Absicht, das lange warten. Was kann man hier noch schönes machen? Die Flage wehen lassen von einer Horde? Oh, du bist wieder dran. Ich brauche mal ein bisschen schneller, überlege ich nicht so weit. Jetzt bewerfe ich dich. Ach, mein Bein ist eingeschlafen. Ich trage die Kraft der Pech schwingen in mir. Was hast du da auch noch? Lacht ihr über mich? Gibt es, mach ich. Ähm... ... 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 Ich träume und die Welt Erzittert Die haben ich auch, die haben ich auch Hm Hallo? Ach nee, jetzt ist auch noch das Internet weg Na, ich hätte das nie gut verloren Na Kann noch nicht wahr sein Na ja, okay wieder da Das war ein Fehler Deshalb Willkommen in der Ausstellung Schau mal, Ogre! Ich habe keine Zeit für ein Spielchen. Ja, war mir mal schnell fertig hier. Internet ist schon wieder weg. Ich habe keine Zeit für ein Spielchen. 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 Und endlich verloren. Das war es dann für heute. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.